Dann drehen Sie sich bitte rum und gucken Sie, was er macht. Ich mache das, damit Sie den Kollegen nicht in den Nacken sprengen. Ich spreng Ihnen in den Backpfeil. Das kann einfach ein Backpfeil geben. Das kann man jetzt nicht sagen. Das ist doch ein Backpfeil. Ich hab's ja gerade gefragt. Dann drehen Sie sich rum und gucken Sie mal. Nein, ich hab nicht gerade gefragt. Hallo, Entschuldigung.